CMS, CPC und SoMe, IoT, ORM und ISP, KPI, NFR, ROPO, CTA, DSP und SEO, UX, VR und WOM, What you see is what you get, SEM, PI, PEM, SAP, CTA, CRM, alles okay? SEA, DRM und CPL, ORM, ERP, sag ich ganz schnell. POP, VR, ISP, LBS, NAS und NFC, GUI, LTE sowie LEP, POS, PSP und DNP, STK, SSO und DWH, CPM, TKP, alles klar? Du hast nichts verstanden, das ist nicht schlimm. Unser Job ist es, mit diesen Kürzeln und was dort hinter steht, ein perfektes Marketing für dich zu machen und ständig für dich an deiner Seite zu sein. Wir sorgen dafür, dass deine Hütte voll wird mit Kunden und du deinen Job machst, nämlich perfekte, geile Küchenplanung. Besuch uns auf der Area 30 in Löhne. Mit freundlichen Küchen, Küche und Co, wir stehen drauf. Wir gehen auf dieser Welt voller cooler Ideen, Area 30, geh hin, du wirst es schon sehen.